So, und weiter geht's. Zack, weg ist er. Du wieder? Super. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. UNTERTITELUNG Oh, plattgemacht. So, was ist eigentlich? Kriegen wir die Kugel hier rein? Das ist ja mal interessant. Könnte ich die hier wieder rausschlafen? Achso, dann ist wieder zu. Aber das ist ja blöd. Das wollten wir natürlich nicht. Wird ja sagen können, dass wir hier so was auslösen kann. Okay. Riesige Kletterwand. Jawohl. So, jetzt können wir die hier ja rausschubsen. Frage ist natürlich, wo muss die jetzt hin? Wo könnte ich sie denn noch? Ist hier noch ne, ist hier noch ein Murmelschacht? Okay. hier das können wir aber schon hier waren wir auch schon finde tafel aus das mannen es ist ja irgendwo eine band sein zum zerbrechen oder schräg oder ah doch ich glaube hier waren wir doch mal auch schon aber von hier oben noch nicht oh man ey scheiße das ärgert mich hier wieder ja 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 das muss hier noch eine kugel geben ja es gibt hier auch noch eine ja ja hier ist ja noch eine aber wie kriege ich die da oben hin oh da ist da oben noch eine kugel und das geht wieder nicht hier was ist das für ein arsch so wie kriege ich diese kugel jetzt hier rein ja ja hoch wo geht das überhaupt wir versuchen es mal ich kann immer noch hier rein kriege ich sie hin ich muss hier noch eine kugel geben ich muss hier noch eine kugel geben ja seltsam 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 ok wir haben ja Zeit dort ja ich doch ich Ja, super. Das ist auch gut. Ja, genau. Ja, dann kann ich hier nochmal was rauben. Die Sefo schufen dieses Artefakt als Opfer für den Wind. Aus irgendeinem Grund wurde es als sich das zerstört. Super. So, so weit waren wir ja auch schon mal. Müssen wir uns hier durchquetschen. Geschafft. So, so weit waren wir ja auch schon mal. So, so weit waren wir ja auch schon mal. Das war jetzt hier ein Satz mit X. Kann man die vielleicht auch ziehen oben? Keine Ahnung, ist noch ein Rätsel, was man noch nicht lösen kann. Gehen wir mal weiter. Haben wir nicht auf dem Hinweg so eine Kugel gesehen? Ja, wir sind daran geschwungen. Ob man die wohl irgendwie runterkriegt? Ah. Danke für den Tipp. Aber wo ist die? Wo ist diese beschissene Kugel? Das ist ja jetzt wieder ein Rätsel für sich. Also. Gehen wir nochmal zurück. In der Hoffnung, dass wir diese Kugel nochmal finden. Ne. Hier kommen wir gar nicht mehr zurück jetzt. Es muss hier noch eine Kugel geben. Das stimmt, ja. Ah, wer ist der doch? Gott. Den Fisch. Da ist er doch. Ja. Angäh η Kugel Das ist doch nicht so sehr wichtig. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Aber kühlen muss mir jemanden. Der Schuss. Das ist doch nicht so. Ich bin jemanden. Oh man, ey, fall doch nicht immer runter. So ein Scheiß, ey. Okay, das scheint nichts zu bringen, also. Ich hoffe, müssen wir da irgendwie... Oh, scheiße. Vielleicht können wir irgendwie das Seil durchtrennen. Wie kriegen wir die jetzt hier runter? Ah, das ist ja... Manchmal geht's ja doch einfacher. So. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir drei Kugeln. Haben wir hier eine. So. Aber da eine. So. Aber wie kriegen wir die da hoch? Ja. So. Aber das ist okay. Oh. Super, wir brauchen die aber, wenn ich das richtig verstehe, hier oben. Wir müssen mal niemals. Oh. ich muss die fähigkeiten haben die spämen zu lassen oder muss ich die da da passt ja auch nicht durch ansonsten gibt es hier noch geht es da noch runter wir was damit mal das so richtig ist ich bin ein genie unglaublich mach hier keine faxen kugel nein so super jetzt haben wir das auch das ist ja toll aber was hat sich denn jetzt geändert hier ja 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 Da kommt sie, geflogen, die Kugel. Jawohl. Und raus hier. Die brauchen wir jetzt als Antrieb. Und dann geht es wieder nach oben. Oder so ähnlich. Super. Prima, haben wir es ja schon geschafft. Was für ein Krampf. Was für ein Krampf. So, null Punkte. Ah, ist wieder raus. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Ich glaube, er hat Angst. Ich erreiche ihn einfach nicht. Sie ist auf deine Beine. Wir werden problemlos gewinnen. Er ist getroffen. Ich bin der Beine. Ich bin der Beine. Sie haben den Schimpfer ungespannet. Oh Ich habe ein seltsames Gefühl. Wir trafen sich sehr wohl. Aber warum? Wo ist er denn, der hässliche Vogel? Egal. Du wirst nicht entkommen. Ei, 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 ei. Es geht so gut ab, ja. Was wissen wir über diese Dinger mit den Hörlasten? Die sind gefährlich, wenn sie dich treffen. Geh die! Halt still! Halt still, lass mich lieber durch hier. Was? Rot in euch! Wenn du es sagst! Greift sie noch! Das habe ich nicht erwartet. Eine riesige Zeffo-Statue. Sollten da nicht auch Zeffo-Sachen drin sein? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir so abbauen, äh, aufbauen können. Ich könnte deinen damit ersetzen. Reparieren wir dich mal. Und besser? Ja? Willst du es versuchen? Das ist schön. So, Farbe können wir machen. Lassen wir mal. Hülse. Lassen wir mal. Ja. Super. Was machst du da unten? Schieß euch. Nein. Du bist gut, weil du wirst. Schieß dich. Also muss ich closet mal. Du bist gerne mit. Wenn die Scheiß behin right. Da. Janet geh algoops. Ich brauche. Handy schämmer. Denber sch实st. Ich bin sicher, dass du ein Jedi-Bier hast. Wir müssen diese Tür hacken. Super. Ich bin ja schon fast zu Hause. Das ist unser primär Ziel. Hauptziel. Ich bin ja schon fast zu Hause. Ich bin ja schon fast zu Hause. Ich bin ja schon fast zu Hause. Was ist das? 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 Genau. Was ist das? 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 Was ist das?